Was ist denn das hier, Alter? Kann man das Ding auch noch, ja? Das will ich mal ausprobieren. Ich schieße da mal rauf. Uiuiuiui, Alter! Jetzt kenne ich mich ja fast selbst. Lull. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Zombie Army Trilogie. Ich fange heute die Mission Güterzug der Angst an. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go! So, Leute, weiter geht's. Nächste Mission hier in Zombie Army Trilogie oder Trilogy oder wie man das sagt. Ist ja auch scheißegal. Ich sag Trilogie und Ende Gelände. So. Begib dich zum Frachtaufzug. Ah ja. Colt. Einen Colt hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Ist der besser? Keine Ahnung. Wie viel Schuss habe ich denn in diesem Colt? Nur sieben. Gut. Nehmen wir die hier wieder. So, ein bisschen was einsammeln hier. Äh, ja. Ansonsten ist eigentlich alles klar. Meine Fresse. Wieso macht denn der da nix? Null. Ich jag hier alles hoch und nix passiert, ey. So. Das ist doch super. Das ist doch super. So, guck mal hier nochmal drei. Mein Gott, haltet doch mal still, Kollege. Die halten einfach nicht still. Damn, Alter. Erstmal schön hochgejagt. So. Ja, in der letzten Mission war es ja nicht so, nicht so erfolgreich, was die Goldbahn betrifft. Junge, ich bin so lost, ey. Ich treffe hier gar nichts. Huch. Alter, ich bin gleich tot, ey. Jag mich jetzt selber in die Luft. What the fuck? What the fuck is going on? Soll ich futtern dann noch, oder was? Auf die futtern. Huch. Noch einer. Komm ran hier. Komm da mal ran, Junge. Du bist der gute Junge. So. Noch einer. Wollen wir mal wieder Zeit für ein Ding, Alter. Wollen wir wieder ein Ding killen. Bam. Zehn mit einem. So geht das. So will ich das sehen. Noch welche. Uff. Es ist so geil, Leute. Ich sag's euch. Diese Zehn mit einem Dinger. Mega. Wo muss ich denn eigentlich hin? Dahinten muss ich hin. Ich geh mal kurz hier hoch. Äh. Preacher. Ne, Preacher will ich nicht. Preacher ist natürlich geil, aber... Auf längere Sicht... Ist die MP44 doch die bessere Wahl. So. Gibt's hier irgendwas? Eine Goldbahn? Ja, irgendwas hat da geblinkt. Sehr gut. Ja, die Hälfte hab ich schon gesammelt. Aber zum Anfang, wo ich da begonnen hab, hab ich gar nicht so drauf geachtet, ne? Was ist denn das hier, Alter? Kann man das Ding auch hoch, ja? Das will ich mal ausprobieren. Ich schieß da mal rauf. Uiuiuiui, Alter. Jetzt kill ich mich ja fast selbst. Loll. Was? Hä? Wie ist denn der da reingekommen? Wie bist du denn da reingekommen, Kollege? Buff. So. Einfach mal hat er sich da drin versteckt. Kann man machen, muss man nicht. Hä? Loll. Wie viel man damit wegholen kann, ist so Wahnsinn. Soll ich mal so eine Animation ausspielen lassen? Nächstes Mal, wenn ich einen treffe. Von so einer großen Distanz. Niem. Ben. Weil die kann man ja auch gut überspringen, die Teile, ne? Junge. Ja, da kann man gut, äh Da kann man gut Distanz machen, sag ich mal So, da geht's Weil ja jede, weil ja jede Äh Ja, hier sind natürlich alles so ne, ohne so ne Teile, die man Die man ganz easy benutzt, benutzen hätte können Aber ich bin da irgendwie zu blöd für, dass ich die mal erkenne Weil er die einfach so hat Hä? Komisch Komisch Noch jemand? Ich hätte den eigentlich mal da runterkicken können So, ich denke mal Hier werden überall Zombies rauskommen Gleich, wenn ich da drauf drücke Wenn ich drauf drücke Kommen sie alle ran So Oder? Auf jeden Fall kommt der Aufzug Achso, das war's schon Gut, ich bin in meinem Safe House Oh, er fährt auch gleich runter Interessant Stielhandgranaten hat er schon voll gemacht Jungen, der trummelt aber hier, ey So, ist hier irgendwas noch zum Auffüllen oder so? Sehe ich nicht Hier, Luzia Für die Luzi So Was soll denn das? Bist du blöd oder was? Ich hätte mir wenigstens raus... Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen, äh... Mal ein bisschen glotzen Sonst bin ich hier gleich weg So, den da hinten auch nochmal killen So, oh, guck mal hier Da nehmen wir doch gerne mal mit hier Und machen dann nochmal voll Sehr gerne So Da kann man runter, denke ich mal Aber ich will da noch nicht runter Ich will erstmal gucken, ob ich hier oben weitergehen kann Die sind ein bisschen... Die sind ein bisschen... Oh, jetzt hat sie mich zerrissen, Alter Jetzt habe ich mich selbst gekillt Okay, dann halt nochmal Ding Achso, da lang Rosa So, von da haben wir auch noch zwei Dann haben wir den da hinten noch Ach nee, der ist gar nicht mehr da Aber da drüben waren, glaube ich, noch welche So Am besten ich schmeiß da eine Granate rein Vielleicht, äh... Vielleicht hilft das ja Warte mal So Ja, da geht alles hoch War's das? Sieht so aus, ne? Da hat sich die Granate schon wieder gelohnt Lul Ja, und jetzt? Achso, da lang Meine Fresse Oh, hier ist ein Sniper Ist ja irgendwo hingesprungen Da oben So Das war Sniper Baby Warte mal, da schmeiß ich auch noch eine Granate rein Keine gemischt Ruf Nicht mal alle erwischt, ey Das gibt's doch nicht Krebeln da noch ein bisschen lang Ich weiß gar nicht, was die da machen, Alter Keine Ahnung So 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 Was das? Ich geh mal da hin Da ist ein grüner, äh Ein grüner, äh Hier, Ding Ein Schalter für irgendwas Achso Da kann ich dann da lang Aber bevor ich da lang gehe Muss ich hier erstmal nochmal gucken Ob hier noch irgendwas ist zum Sammeln Na, hier nicht Achso, guck mal Da ist der Schalter, der andere Soll ich schon machen? Keine Ahnung Was da der bessere Weg ist Kann vorher nochmal runtergehen Und hier glotzen Panzer Ne, sonst ist hier nix weiter, ne? Da komm ich nicht rein Wahrscheinlich muss ich da erstmal die Irgendwas bewegt sich hier Ziel erreicht Kontrollpunkt So, jetzt wird's denke ich mal nochmal witzig Ich weiß nicht warum, aber Verteidige deine Position Gut, dann muss ich mich erstmal hier verpissen Weil ich bin hier auf keiner guten Position Hier ist besser Wie ich persönlich finde Kommt dann Digga? Ich weiß gar nicht, ob da ein Digga kommt Junge, die kommen von überall Ach du Scheiße Ja, das ist natürlich jetzt doof Gut, dann muss ich mal hier so ein Ding hinlegen Uff So, und weg Oh da Guck mal da Da hab ich ihn doch wieder So, mal schnell nachmachen Und dann kommt da auch wieder einer Ich seh noch gar nicht Noch nicht Lass den mal hochkommen So, da kommt er Oh ja, ist doch bestimmt wieder nah dran Tja, von da könnte ich den auch gut erwischen Junge Scheiße, der hat mich gleich, Alter Müssen wir mal schnell in Deckung gehen Die mich hier nicht wegkillt So Das war der Digga Und die Skelette sind damit auch weg Nein Oh Mann, ey Ich kann da gar nicht runter Fällt mir grad auf Gehe an Bord Der Breitspurbahn Breitspurbahn? Kann das hinhauen? Was sind die Breitasser? Ja, da Ja, dann gucken wir doch mal Eine Breitspurbahn, eine gute Die gute, gute Ich geh nochmal kurz hoch Weil da war noch Munition Ich mach hier nochmal voll Weil Munition ist wichtig, Leute Munition ist das A und O Ne? So, jetzt aber MP44 ist fast leer Wo kam denn der raus, der Kollege? Und hier oben Wurde mal ich gucken, ob hier noch irgendwo eine Goldbahn ist oder so Aber ich seh hier nix Es könnte vielleicht da drin einer sein Ich kann da nochmal raufballern Geht nicht hoch, muss ich die hier nehmen Geht da Uiuiuiui, Alter Jetzt jag mich hier noch selbst in die Luft Ist da irgendwas explodiert? Ne Keine Kisten oder so Ich dachte eigentlich, dass da irgendeine Kiste explodiert So, Ziel erreicht Fahr ich jetzt los oder wie ist das? Keine Ahnung So Leute, dann würde ich sagen Ich beende das Video für heute Vielen Dank fürs Zuschauen Schaut doch gerne mal im nächsten Mal ein Wo es dann genau hier weitergeht mit der Mission Güterzug der Angst Falls euch das Video gefallen hat Lasst mir gerne ein Abo, Like und Kommentar da Das ist komplett kostenlos für euch Und hilft mir sehr Und ansonsten würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao 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 Ciao